Hallo ihr Lieben, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, über diesen haben wir schon zweimal berichtet in den vergangenen Jahren. Der Saubermacher ist bei mir in der Redaktion Matthias Stephan. Er ist seit elf Jahren Vertreter für Vorwerkstaubsauger und ist auch gleichzeitig auf den Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland mittlerweile unterwegs mit seinem Staubsaugerprogramm. Ich sage mal, das ist mein Gedächt. Genau, und zusätzlich sieht man dich auch in Gabel 1 bei einer Putzshow. Da dürfen sich Menschen beweisen, wie gut sie denn putzen können. Wie kam es denn zu dieser Show? Tatsächlich habe ich mich gar nicht beworben gehabt. Dreimal hat eine Kölner Nummer angerufen. Und ganz ehrlich, unter uns, wenn dich eine Berliner Kölner Hamburger Nummer anruft, du gehst nicht hin, das ist nichts Scheiß. Und dann dachte ich, okay, wenn die dreimal anrufen, können sie doch was gescheites sein. Ja, ich bin der Max von Bildergarten Entertainment. Dann dachte ich, die drehen vielleicht Heimatfilme. Also es war wirklich sehr dubios. Die haben auch wenig gesagt, um was es eigentlich geht. Ob ich Lust hätte. Es geht um Glück zur Ordnung, Sauberkeit. Und ich wurde empfohlen. Die haben aber auch nicht gesagt, wer habe ich empfohlen? Und dann hatte ich so ein Zoom-Interview, was ich eigentlich hasse, vor dem McDonald's-Parkplatz in Schweinfurt. Und schlussendlich kam dann heraus, dass ich mir ein Comedy-Kollegin empfohlen habe, der da arbeitet. Okay. Und dann hast du gedacht, oh super, ich kann total gut putzen und sauer machen. Weißt genau, wie man Fenster reinigt und so weiter. Oder war das eher Neuland? Weil du bist ja eigentlich Vertreter für Staubsauger. Und da kommt ja noch viel näher dazu. Da gibt es ja, keine Ahnung, wie reinige ich ein Backblech? Wie reinige ich ein Auto? Sofa, eine Toilette. Ein Auto? Ja. Also tatsächlich ist das meiste Fachwissenschaft rund um die Staubsauger bezogen. Und vor Ort dachte ich, ach, Herr Jemine, man ist irgendwie anders vorgestellt. Aber ich fand dann, für das, dass ich eigentlich keine Ahnung von dem, was wir da gemacht haben, hatte, in drei von vier Folgen zu sehen, zu sein, war ich dann doch so stolz. Also das heißt, du bist auch relativ weit gekommen? Ja. Man kann ja die Folgen auch bei Join anschauen. Genau, auch mit Facebook-Anmeldung oder E-Mail-Adresse. Da sehen wir dann auch unten den Link. Dann kann man einfach draufklicken und kann sich die Folgen nochmal anschauen, wie gut du denn bist im Saubermachen. Aber du hast dich dann nicht vorbereitet auf die Show speziell. Also du bist da wirklich blanko rein und hast gedacht, naja, so schlecht bin ich in meinem eigenen Haushalt auch nicht. Also wird das schon irgendwie hinhauen? Oder hast du das eher so lustig gesehen? Naja, so es kommt, so kommt. Oder bist du schon ehrgeizig da rangegangen? Also ich habe mich dann vor Ort, wo ich da wusste, irgendwas es geht, schon angestrengt. Ehrlichweise habe ich auch ein bisschen um mich rumguckt, wie die anderen denn putzen. Weil das war von Henkel gesponsert. Und dann dachtest du halt, naja, klar, da steht jetzt das Putzmittel, wo draufsteht, das ist für das Wimsel, wo man kann. Und das war dann mit Hausmittelchen, da stand Wodka, Milch, Eier, Backpullen von Zitrone. Ich habe noch nicht so geputzt. Wir haben dann zum Beispiel geguckt, wie man nach Knicke einen Tisch deckt. Also das wüssten wir jetzt. Also du konntest Google nutzen? Ne, das war vorher. Ach so, okay. Also du warst immer vor der Show, so Mensch, was denkst du, was du mit putzen musst? Und so, ah, da lag ein Teppich rum. Ich habe da eine Rotweinflasche gegebenenfalls vor Ort verschmutzt. Und dann haben wir immer so geguckt, da draußen stehen doch Mobiltoilette, die kommen bestimmt ran, mir ist das gar ein Luftfall. Oder dahin stehen Backöfe so abgedeckt. Und ah, da sind Fensterrahmen. Also das war immer so ein Rätselrad der ganze Zeit. Und deswegen durfte man auch nicht allein aufs Klo gehen, weil man hätte ja da was sehen können oder was hören können, was die so besprechen für die nächste Aufgabe. Und gab es dann schon Sachen, wo du hinterher gesagt hast, das war jetzt ein totaler Erkenntnisgewinn, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es da schon so Fricks und Tipps gibt? Rasierschaum bei Flecken auf dem Sofa. Echt? Oh, das ist interessant. Und generell eher weiße Zahnfasche, da gab es auch blaue. Und ich glaube, wie weiße Zahnfasche war es? Ich glaube auch bei Flecken, vielleicht bei einer Tonschuhung. Das ist ja auch so. Bei weißen Zahnschuhen weiße Zahnpasta. Okay. Und da war eine weiße Zahnfasche, kein Mensch zu Hause grillt mit einer weißen Zahnfasche. Und da war auch... Okay, wir haben ein weiße T-Shirt. Dann hilft es handelsweise bei Grillspritzern, also bei Braten... Da kommt es drauf an, ob das jetzt Fleisch ist oder Cola oder Fett. Was soll ich an? Da ist nämlich der Chef-Doktor-Entwickler von Henkel, mit der dann sicher in der Putz-Episode sagt, der dann so hätten wir es machen sollen. Bist gleichzeitig auch... Du bist ja hier verwurzelt, hier verankert, du kommst ja von hier. Mulfingen, Buchenbach, und mir hast du so schön im Trailer bei dieser Show gesagt, Arsch der Welt oder kennt keine Sau, oder ich weiß gar nicht, wie du dich ausgedrückt hast. Du hast das ziemlich... Du hast auch gar nicht erklärt, wo das ist, und du hast nur gesagt, da kennt eh keiner, ist irgendwo irgendwo... Sonst sage ich in der Nähe vom Wirt oder von Jakob, das kennen dann die meisten. Okay. Oder halt nur die Hohenloh, Eberbacher Gassenfest, zwei Kilometer entfernt, ich arbeite da, seitdem ich klein bin. Okay. Und alle vom nächsten Eberbacher Gassenfest, ob sie dich da finden. Und Vorwerk ist nach wie vor noch total im Trend. Zwischen Herbst und Weihnachten könnte ich immer 20 Thermomix verkaufen, weil ich aber nicht darf, weil ich nur Staubsaugen verkaufen kann von Vorwerk. Und gestern wurde ich zum ersten Mal auch im Friedhof auch Thermomix angesprochen. Das war ein leicht skurril. Thermomix ist ja das totale Mega-Brend-Ding seit den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ein Ei-Bolt für die Küche. Ja, genau. Also ich kenne so viele, die den Thermomix haben, die drauf hören, die beim iPhone auch. Auch ich habe einen Thermomix. Und Xander. Genau, da gibt es ja dann eine App, das sagt dann bei meinem Handy, was ich einkaufen soll. Dann wird daheim, anscheinend macht ja das Ding alles von alleine. Wie maler nach Zahn. Ja, also da kann jeder kochen, auch Kinder. Man kann alles mitmachen. Euer Hund kann auch mitkochen. Sie kann draufdrücken. Muss man auch aufpassen. Ich habe immer Angst gehabt, dass die eine Katze die andere reinschmeißt, deckelt so und sie dann zur Hackfleisch oder so, wenn die sich betteln. Das heißt, du hast daheim auch einen Thermomix? Seit einem Jahr. Du musst den ja eigentlich auch haben. Es kann ja nicht sein, dass du daheim einen Dyson-Staubsauger hast und einen Bosch-Thermomix gibt es ja auch. Ja, aber vier Staubsauger, mindestens in der Wohnung. Von Vorwerk natürlich. das kannst du nur mit einputzen. Was ist die kleinste Größe? Die grüne Sao. Die größte Größe, die längste Größe. Das ist sehr lang, den ich gar nicht alles hertragen kann. Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe eigentlich darauf gewartet, habe mich so gefreut, dass diese ganzen Geräte bei uns hier lang. Wir machen bei einem neuen Video und nur mit Schlaubsauger. Ich habe es nicht gesehen. Ja, das nächste Mal musst du die mitbringen. Also beim Tiger ist das Ort, glaube ich, bis zu drei Meter lang mit Schlaufen worden. Ja, ich habe in Karlsruhe auf der Bühne zugestanden, das habe ich halt angeschaut, da hast du, ich weiß, war das der Tiger? Das war alles. Wer braucht so ein langes Florn? Hier am Südhang in Kündelnsau, die Villen, die trauen das. Du hast gedacht, du sagst das gleiche Namen. Nein, nein, ich sage immer so anonymisiert, Herr Müller, Herr Schmidt, aber der Name ist sehr oft in der Kutsche. Aber wer braucht ein drei Meter Rohr? Also im Treffer haben wir es, wenn da ein Büro und ich bin in der Wand dahin oder halt wirklich auf hohe Räume. Ach so, das ist ein Büro und drei Meter Rohr. Ja, stimmt, hier können nicht so ein drei Meter Rohr. Also so eine Verlängerung kostet nur 15 Euro günstiger, wie wenn dann die Frau von der Leiter fällt. Das ist auch interessant, die Frau von der Leiter fällt, weil es macht ja kein Mann. Ich rufe auch Altbrücher an. Ich habe keine Ahnung, Stefan, ich weiß, wir haben einen, aber ich weiß nicht, um wen man es braucht. Männer sagen immer, wir brauchen nichts, aber die haben keine Ahnung. Aber dann ist doch immer noch das klassische Rollen, die klassische Rollenverteilung gibt es noch. Also du bist ja ein Mann, aber eigentlich machen es ja viele Frauen her. Ich putze, deine Frau ist mir total sympathisch. Aber oft ist es ja so, dass ich diese Rollenverteilung auch vor allem hier im Ruhekreis schon noch Bestand hat, oder? Ist so. Das eigentlich hast du keine, du hast nicht zehn Männer da sitzen und zwei Frauen bei deinen Versammlungen. Zehn Frauen. Genau, weil es immer noch so ist. Und wie viele von den Frauen arbeiten noch zusätzlich? Fast alle wahrscheinlich. Das ist halt das Krasse, die gehen schaffen, Kinder jetzt von normaler Cousine, Gassi, und gut zu dürfen sind auch noch zu belohnen. Richtig getan in den letzten Jahren. Ich weiß, es ist echt schade. Außer es ist ein Geschieter. Also ich habe bestimmt 15 Staubsauger zur Scheidung verkauft und zwei nach der Hochzeit. Und die lernen das nicht dann alles. Aber die haben eine Putzfrau, das ist wirklich was. Wer hat eine Putzfrau? Der geschietene Mann. Und die Frau, die hat es dann nicht mehr oder kann es nicht leisten. Also das ist gut da. Echt traurig. Ja. Ich habe einmal durch eine Frau, ich nenne jetzt keine Namen, in ihre komplette Familie Staubsauger verkauft. Dann kam die Trennung. Ja, dann durfte ich mich irgendwann zum Glück ihrem neuen Freund vorstellen. Dann haben sie wieder gekauft. Aber der Mann hat das Vorwerk behalten. Weil er wahrscheinlich bezahlt hat. Oder war der halt gedacht hat, den behalte ich für meine neue Putzfrau. Du trittst auch im September auf, wieder auf, oder ist es das erste Mal in Simbrechtshausen? Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. in einem relativ, relativ mal unverpackt Laden. Das erste Mal waren wir ausverkauft mit 45 Gästen. Also der Gastraum ist relativ klein. Da ist ein fünfter Tischlein. Kannst Kaffee und Kuh vergessen und trinken. War mir auch schon drin, ja. Also wenn du in der Stadt wohnst und der Ausblick fünft die Fähne fünft die Fähne ist schon voll glücklich. Ja, der ist wunderschön. Das ist eigentlich das Highlight dort, wenn man da sitzt und da schön Kaffee trinkt oder vielleicht auch dein Programm dann sieht und dann dieser malerische Ausblick dort, das ist echt der Hammer. Und wichtig auch daraus ist ein Automat. Also auch wenn die zu haben, könntest du auch vorbeibandern auf dem Fahrt der Stille, Getränke, Eis, da gibt's alles. Die haben echt eine tolle Produktauswahl auch. Und das heißt, du machst dann dein Comedy-Programm oder dein Vorwerk-Programm? Das ist das Schwierige zu kommunizieren. Früher war ich Freitagabend schon in Geisbach im Sporthand, dann hier im Epilog bei Michael. Ich leade ja immer verschiedene Künstler ein. Also wir haben momentan immer Zauberung dabei. Mal Kabarettist, andere Comedy-Kollegen und dann ist es so, wenn jemand krank wird, dann trete ich länger mit auf, ansonsten moderiere ich das Ganze. Weil ganz ehrlich, bei vier Künstler A20 bis 35 plus ich für 12 Euro Eintritt und Gutgeld am Ende finde ich, ist es geschenkt. Hast du gemerkt, dass sich seit Corona auch was verändert hat bei der Comedy und kleinen Kunstszene? Ist es schwieriger geworden oder seid ihr froh und dankbar, dass Corona endlich ein Ende hat? Weil das war ja auch ganz hart für die ganzen Künstler. Vor Corona hatte ich die Hoffnung, Vollzeitkünstler zu werden und seit Corona denke ich, Zungel, es ist nicht so. Ja, das ist Wahnsinn. Ganz viele Probleme gehabt auch. Ganz viele Shows gibt es nicht mehr. Einige coole, wo ich jetzt aufteile, dafür sind ersatzlos klicken worden. Ich kenne viele Vollzeitkünstler, die haben dann vor Medica eine Feldküche gekocht, Fenster und Türen verkauft, bin da als Lehrerschaft, habe ich dann 20 Jahre lang gezaubertaschen und dann Fenster verkauft. Merkst du, dass es ein Standort Nachteil ist? Weil du wohnst ja immer noch hier. hier auf dem Land zu leben, hast du dir vielleicht auch schon mal überlegt, dass du nach Berlin gehst oder nach Hamburg, einfach weil es da mehr Toast gibt? Das stimmt, auf jeden Fall. Ich kann in München, Köln, Hamburg, Berlin jeden Abend auftreten als Comedian. Ich war da auch schon überall, die verlangen Eintritt und du kriegst nichts oder ein kleines Bier. Also das ist Abzocke, weil ohne künstler keine Show und dann denkst du, puh. Also das macht man eigentlich mehr, dass man halt was für die Visitenkarte hat und sagen kann zur Übung, dass man bekannter wird, aber nicht wirklich um da Geld zu verdienen. Vor der Fernsehshow hatte ich noch kurz einen Auftritt für sieben Minuten in Stuttgart und für zwölf Minuten in Frankfurt, einfach so, um ein bisschen wieder in der Rolle zu sein, in die Rolle zu kommen. Weil jetzt ist wieder vor Corona dieses klassische Sommerloch. Es gibt vielleicht ein, zwei Open-Air-Auftritte, aber es meistens immer herrscht bis früher. Bist du aufgeregt von deinen Auftritten? Ja, ich muss immer aufs Knochen vorher. Also ich bin so ein Toiletteführer für Deutschland bis drei Schweiz ausgeben. Ja, und damit schließe ich der Kreis. Eine Toilette musst du dir ja auch putzen. Ja, das war super eigentlich. Die Punkt-Fernse-Dem hat eine FFP2-Maske auch mit der klinischen Maske oder haben einen Orange gekochen und wir sind in den Raum eingekommen und es war wirklich ekelhaft. Ich habe ein Foto gesehen, ich war total drückiert. So Mousse und Schokolade. Also ja, mich hat es erinnert an einen Rock am Ring-Festival nach drei Tagen. Ja, das war wirklich... Aber ich habe mir noch nicht angeguckt, wie ihr es sauber gekriegt. Wir wollten gar nicht weinen. Also wenn man sich das dann hinterher denkt, der war klar, das hat schon so stummelt und wir haben dreiviertelste Zeit mit außen verbracht und dann machst du dich und denkst so, boah, etwas zu klasse. Eine FFP2-Maske dann? Nee, die vom Filmteam. Wir hatten nichts. Wir haben eine volle Dufterlebnis gehabt. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Doch, also... Ja, da gab es auch vegane Currywurst. Das war wirklich extra Film-Catering. Das war wirklich richtig super-duper. Auch vegan, vegetarisch? Ja. Separates Künstlerbereich. Aber du musst das fragen, wenn du es global hast. Die eine ist Paulina, die eine ist Paulina. Und wenn du Pech hattest, wurdest du auf dieses Club geschickt, also nicht die Kurzzeit. Eigentlich hätte ich da sagen müssen, okay, so, jetzt hier die erste Benutzung können wir. Ja, du kommst. Matthias, danke, dass du heute hier warst. Wir sind auf jeden Fall auch vor Ort im September beim Unverpacktladen und werden deinen Auftritt filmen und den Auftritt deiner Kollegen. Und bis dahin wünschen wir noch dir viel, viel Spaß bei allen weiteren Vorführungen von deinem Vorwerkstorbsauber. Vielen Dank. Wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank.